Das ist übrigens schon Vorbereitung für die Cheerleader, nämlich von Rot-Weiß-Ruxhafen. Das hat jetzt ein Promise-Zentrum für Sie. Aber würde wissen heute Abend, Schwarz-Weiß, Schwarz-Rot, Rot-Weiß, Rot-Weiß-Ruxhafen. Die Cheerleader aus Luxhafen. Da gibt's die Starlights, das sind die Seniors. Die sind dann nämlich zwölf Jahre und älter. Und es gibt die Kiwis oder die Twigolds. Die sind dann zwischen fünf und elf Jahren alt. Und die brauchen eigentlich ganz besonderen Applaus. Denn die sind mächtig und nervös heute. Man hört es halt aufgeregt, glaube ich. Den kommt nicht mal an. Falsch. Das ist andere hier, glaube ich. Aber es sieht gar nicht so aufgeregt. Wir können ja mal gucken, wer so aufgeregt ist. Das sind ihre Kinder, die warten, dass sie ein Auto bauen, ne? Ja, das sind auch nicht, glaube ich. Ja, wir machen einfach schneller. Gegründet übrigens in 2000, also im Jahr 2000, das sollten wir noch erwähnen, von Carola Warns, dieser Abteilungshalterin. Ihre Tochter Julia ist der Head-Coach, hat eine Ziel-Lizenz. Das müssen wir uns beiden noch mal erklären lassen, was das ist. Und, Coach ist Christina Pochner. Und wir sagen jetzt einfach bühnefrei und herzlich willkommen, den Kindern von Rot-Weiß-Koxa an. Herzlichen Dank. Und wir sehen uns bei uns die Vielen Dank. 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 Thank you. Vielen Dank. Vielen Dank. ... 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